Ich habe keinen Stromover, zwei Monate Mietshulde und das Arzt macht gar nichts. Die Bayreuther Straße in Ludwigshafen. Hier leben Menschen, die sonst obdachlos geworden wären. Es heißt, man ist schmarottsam, man lebt auf dem Staat seine Kosten und asozial, ja, es ist hier halt ein Brennpunkt. Viele beziehen hier Hartz IV, andere Rente. Alle verbindet die Armut. Mehr als 15 Euro pro Tag sind nicht drin. Also die letzten 1,70 Euro hatten wir gestern ausgegeben für Katzenfutter. Der Wohnblock ist eine Parallelgesellschaft der sozial Abgehängten. Wer hier lebt, gilt in Ludwigshafen gemeinhin als Assi. Ein Stigma. Aber die Menschen hier haben Ziele, für die sie kämpfen. Wir wollen das dem Jugendamt beweisen, dass wir Eltern sind und dass wir auch Kinder großziehen können. Und dass man sieht, dass sich was getan hat. Oh, das sind wir Gewinner und Verlierer zur selben Zeit in uns vereint. Es erreißt uns immer wieder ein Mosaik aus tausend Teilen. Doch das sind wir Patrizia und Andy haben sich in der Bayreuther Straße kennengelernt und angefreundet. Der 24-Jährige war Schaustellergehilfe auf der Kirmes, dann kam Corona. Er verlor Job und Wohnung, lebt seitdem von Hartz IV und musste in die Bayreuther Straße umziehen. Der Umgang mit Ämtern fällt ihm schwer, auch weil er schlecht lesen und schreiben kann. Ich habe auch keinen Strom drüber, der ist abgesahlt. So seit Anfang dieses Jahres, weil seit Anfang dieses Jahres das Amt nichts mehr macht. Die bezahlen die Mieter, aber keinen Strom und kein Geld. Warum? Angeblich haben die mir einen Weiterungsbewilligungsantrag gesiegt zum sieben Mal. Es kam nie ein Brief vom Arbeitsamt hier an. Das ist das Problem. Hier kommt einfach keine Post an. Die verschwindet hier teilweise. Die Post ist einfach weg. Und jetzt habe ich das Problem mit dem Amt. Und die Patrizia, die hilft mir, wo sie kann. Patrizia lebt seit 15 Jahren in der Bayreuther Straße. Sie unterstützt Andy beim Briefverkehr mit den Ämtern. Er packt mit an, wenn sie Hilfe braucht. Die 54-Jährige teilt sich ihre Wohnung mit drei Hunden, zwei Katzen, mehreren Vögeln und zwei Schlangen. Geheizt wird mit Kohle oder Holz. Da müssen wir nur noch Brennmaterial. Mache ich das. Nimm die Kiste und nimm das Beil mit Nuna. Und Una hacke ich dann gerade da hinten auf den Spämmel. Und da unten hacke ich dann gerade das ganze Holz vor Ort ohne kaputt. Mit Dreck hier nicht. Der Kohleofen hätte Patrizia schon fast das Leben gekostet. Also Rauchvergiftung haben wir gehabt. Ja, der Ofen war oben total zugerost. Wir wussten nicht, dass so eine Klappe drin ist. Und irgendwann kam da nur noch der Rauch aus allen Ritzen des Ofens. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Rauch. Hier drin war alles verraucht. Draußen war alles verraucht. Die Küche überall. Die Leute sind bei gerannt gekommen und haben mich gefragt, ob es trennt bei mir. Da habe ich gesagt, nee, das ist einfach nur der Rauch vom Feuer, das nicht angeht. Und ich habe das ja dann immer wieder mal probiert, bis dann der Nachbar kam. Der Nachbar hat es gewusst, wir mussten das oben aufmachen. Und da ist oben ein Blech drin. Und da fängt ein ganzer Ruß irgendwie scheinbar ab. Und das war alles voll. Für Andy ist das Leben in der Bayreuther Straße neu. Auch mit Hartz IV auszukommen, ist nicht einfach. Ich habe das Problem, das gebe ich ehrlich zu, ich habe kein Geheimnis. Ich kann mit Geld nicht umgehen. Das Problem ist, ich gebe mir mein Hartz IV, ich gehe ein, wenn ich jetzt, ich sehe jetzt ein Fernseher oder eine Anlage, sagen wir mal, für einen Wert von 150 Euro, das ist sehr billig, die gefällt mir, ich kaufe die. Ich habe eine Anlage drauf, ich kaufe die trotzdem, ich weiß nicht warum. Und erst wenn ich daheim bin, es kommt mir die Frage, warum habe ich die jetzt überhaupt gekauft. Das kommt mir dann erst, wenn es viel zu spät ist, unnötig gekauft. Aber ich kaufe einfach. Im Hof findet der 24-Jährige immer ein offenes Ohr. Zum Beispiel bei Horst. Er bewahrt auch das Andenken verstorbener Nachbarn. Das ist so eine, wie soll ich es sagen, der Illing ist gestorben, der Roger ist gestorben. Innerhalb von acht Tagen, zwei Leute, wo wir geliebt haben und so. Deswegen machen wir hier so einen kleinen Altar. Kleinen Altar, der muss stehen bleiben. Das ist ein Muss von mir auch. Weil wie gesagt, der Illing war für mich wie ein Sohn. Und der Roger war für mich einer von den besten Freunden. Die Bewohner der Bayreuther Straße halten zusammen, sind füreinander da. Ich habe keinen Strom, zwei Monate Mietzulde. Und das Arme macht gar nichts, außer die sind jetzt bereit, die Mietzulde zu übernehmen. Aber Hartz IV zum Beispiel und der Strom, das ist denen egal. Ja, aber ich weiß schon, dass ihr da Ansprechpartner habt. Das ist halt, ihr habt Sozialarbeiter dahin, ihr habt alles da, wo man sprechen kann. Das macht ihr aber auch nicht, ihr müsst alles schleifen. Ich bin halt ein fauler Mensch, wenn ich ehrlich bin. Ich habe in der letzten Zeit auch viel, wirklich, ich hätte vielleicht, wenn ich ehrlich bin, und hätte mich ein bisschen mehr dahin geklemmt, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Regeln können wie jetzt. Richtig. Gehe ich ehrlich zu. Warum macht ihr das nicht? Warum macht ihr das nicht? Ich bin ehrlich, ich bin so faul. Ihr habt ja, Herr Azari, jeden Sozialarbeiter, in der letzten Zeit auch ziemlich faul. Ich habe auf nichts mehr Bock. Robert Azari arbeitet seit über 20 Jahren als Sozialarbeiter in der Bayreuther Straße und unterstützt, wo er kann. Ich habe nichts zu essen. Wenn die Leute mir kein Essen fängen, müsst ihr es aus dem Mülleimer gammeln. Wenn ich kein Essen bekomme am Tag von irgendeinem, hole ich es mir aus dem Mülleimer bei der Eikarfsleide raus. Weil ich habe nichts zu essen. Montag, Mittwoch, Freitag gibt es immer belegtes Brötchen, wechselt sich ab. Immer ab 11 Uhr. Mit untermalen Tüden. Das wusstest du zum Beispiel nicht, dass das jeden zweiten Tag ist. Ich wusste nur ab und zu. Siehst du, wenn man sich mal unter den Hals ist, kann man ganz viel rausfinden. Wir haben auch hier eine Kleiderkammer, hier drin, weißt du das? Das habe ich nicht gewusst. Weißt du nicht, muss ich mich nur ansprechen oder mein Kollege. Und wie gesagt, wir haben hier Schuhe, alles Top-Sache dabei. Auch für dich, in deiner Größe. Da würde ich gerne wirklich die Hilfe auch nehmen. Dafür sind wir ja da. Das machen wir ja schon jahrelang. Kleider, Essen, Behörden. Robert Azari hat für alle Anliegen eine Lösung. Ich kann dir Nothilfe auszahlen. Dann kann ich einen Gutschein geben für Lebensmittel. Ja, würde dir das helfen? Das würde mir helfen. Ja, das ist ein Lebensmittelgutschein. Da kannst du da vorne beim Discounter was holen. Als Überbrückungshilfe erst mal. Und am Montag sehen wir uns und dann schauen wir wegen dem Antrag. Machen wir. Vielen Dank. Gerne. Wie gesagt, wollen wir was zum Essen? Mach ich auch. Die ersten Gebäude in der Bayreuther Straße entstanden in den 1950er Jahren. Viele Wohnungen sind marode. Über 300 Menschen leben hier, ohne reguläre Mietverträge. So wie das Ehepaar Ziggraf. Auf ihre Ölheizung mussten sie lange warten. Wir sind im Juni hier eingezogen am 18., ja, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, sieben Monate, furchtbar, äh, ich habe Nierenprobleme bekommen, äh, ich war teilweise unterkühlt durch die Kälte, ja, und, äh, es konnte so nicht weitergehen. Das konnte ich auch machen wie ein Dachdecker, ne, da ist ja nur noch die Handwischen noch, ja, ich habe weg, bisschen erst neu. Walburga und ihr Mann Karl-Peter wollen wieder raus aus der Bayreuther Straße. Nur wohin? Wo kriegt man hier, nur ganz ehrlich, noch eine Drei-Zimmer-Wohnung? 75 Quadratmeter, Warnmiete, 450. Und die Vermieter hören, äh, Bayreuther. Klappe zu, am besten die Rollläte noch zu, ja. Hier zu leben, ist wie ein Stigma auf der Stirn zu haben. Und die Ziggrafs haben noch ein anderes Problem. Ihre beiden Motorroller laufen nicht mehr. Dabei sind sie auf die Roller angewiesen, gerade jetzt, wo sie nach einer Wohnung suchen. Und, was machst du denn? Geht's? Nee. Warum nicht? Wenn's nicht gehen. Du sagst nicht, es geht nicht, da ist doch das Ding für die Zinnkerze. Das kann doch gar nicht sein. Ja, ich weiss nicht. Sag mal, ein Haufen Geld ins Fenster rausgeschmissen und können auch von den zwei Dingen funktionieren. Ach, dann nehm ich so einen als Ersatzteile. Als Ersatzteile? Ach jo. Dann läufst du aber zukünftig und du läufst davor. Was? Und du holst dir deine Fahrkarte und, ja. Noch einmal, eben. Ich muss erst Gas. Gas? Nee. Warum? Geh doch einmal. Du machst mich blöd. Nee. Los, da geht nicht noch bloß. Komm nicht. Jetzt gib Gas. Zieht nicht an. Es hilft nichts. Beide Roller streiken. Das sind wir. Oh, das sind wir. Ein Mann, der lübt aus Tom zu teilen. Ein Mann, der lübt aus Tom zu teilen. Oh, das sind wir. Oh, das sind wir. Oh, das sind wir. Andy verbringt immer öfter Zeit in Patricias Wohnung, hilft ihr, wo er kann. Gerade heute kann sie seine Hilfe gut gebrauchen. Pass auf, ich wollte die Tücher umfüllen. Habe sie dann versucht anzumachen. Dann ist mir die Digitalerzeige schon mal gar nicht mehr gegangen. Dann habe ich sie rausgesteckt, habe sie noch richtig normal neu gesteckt. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht auch einen Stecker. Habe ich den Stecker abgeschnitten, die kennst du schon. Mit einer Lüste klemmt, dann einen neuen Stecker dran. Dann habe ich das Ding eingesteckt, dann hat sie draus so einen Knall gemacht. Ja, genau. Dann habe ich erst alles abgerobbt, dann habe ich draus wieder neu gemacht. Aber die Wäschmaschine, so wie es scheint, ist sie hinüber. Mal gucken, ich habe noch da drin, den Weichspieler und sogar das Wäschmittel drin. Zu lange gelaufen. Also wir müssen uns was überlegen, weil da hinten häuft sich gerade die Wäsch. Eine neue Waschmaschine muss also her. In einem Geschäft für gebrauchte Haushaltsgeräte hoffen beide auf ein Schnäppchen. Hallo, schönen guten Tag und zwar bin ich auf der Suche nach einer Waschmaschine. Ich habe aber nur begrenzte Mittel. Verstehe. Habt ihr sowas? Ja, wir haben da was vorhanden. Könnten Sie mal was sagen? Super. Gehen Sie bitte vor. Danke sehr. So, ich kann Ihnen eine Waschmaschine anbieten. Das ist von der Marke Bosch. Ja. Ist eine 8 Kilogramm Waschmaschine. Ja. Und ist voll funktionsfähig und es befindet sich also in einem super Zustand. Ja, okay. Was würde die kosten? Also die Waschmaschine liegt bei 280. Boah, das ist zu toll. Das gibt mein Budget jetzt. Also ich kenne Ihnen den Preis bis 240. Kann ich mal nicht leuchten. Okay, wie hoch ist Ihr Budget, wenn ich frage? 150. 150? Ich könnte Ihnen einen Top-Lader anbieten. Ja. Der Preis liegt bei 140. Kann man dann sehen? Ja, aber gerne doch. Ja, würde ich mir dann auch holen. Würdest du Sie gerade bitten? Ja, halt geheime, ich muss Sie oder so, ne? Ja, ja. Wie geht? Schlecht ist er nicht. Was wolle ich jetzt bei dir? Ähm, normalerweise liegt der Preis bei 140. Aber da es aus einem Zweck ist, kann ich Ihnen das auf 120. Also, kann ich Ihnen das untersetzen. Ja. Ja? Nehmen wir die. Die? Okay. Hättet ihr vielleicht eine Sackkarre, weil sonst hätte ich jetzt ein Problem tragen, kann ich sie nämlich nicht. Ja. Leihweise, wir würden das auch gleich wieder zurückbringen. Aber gerne doch. Das kann ich Ihnen ausstellen. Und Sie können mir das dann wieder sozusagen jetzt zurückbringen. Super, das wäre ganz toll. Aber gerne doch. Dann machen wir das echt so, ja. Dann habe ich eine Wäschmaschine. Juhu, ich habe eine Wäschmaschine. Bis zur Bayreuther Straße sind es 1,2 Kilometer. Und dann muss das Ding auch noch die Treppe hoch. Dann bist du ausgelockt von den Freaks und dem Smog. Ob Chili, Cheese, Pop oder Heft ist noch Morsch. Erschafft deine Welt, darin fühlst du dich safe. Kost ein bisschen Geld, aber ist sehr nett. Oh, ich kann schon bitte helfen. Das ist auch du. Das Nachbarschaftsgefühl ist groß. Wenn mal jemand Hilfe braucht, packt man gerne mit an. Gut, wenn man hilfsbereite Nachbarn hat. Doch die 120 Euro für die Waschmaschine reißen ein weiteres Loch in Patricias Haushaltskasse. Nicole ist gerade zum vierten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Mann Danny hat sie die Wohnung für das Neugeborene vorbereitet. Doch sie durfte ihre Tochter nicht mit nach Hause nehmen. Das Jugendamt hat alle vier Kinder in Obhut genommen. Auch das Baby. Meine Frau war im Krankenhaus. Und dann kam das Jugendamt Mannheim. Die hat eine Schriftstück gehabt von Röntgeshafen. Als Hilfe, dass sie uns die Kleine in Obhut nehmen sollen. Jetzt müssen wir halt warten, bis die Gerichtsverhandlung ist. Die ist vielleicht nächster Monat. Aber wir haben auch einen neuen Anwalt genommen, der uns hilft. Und ich vermisse unsere kleine Maus, klar. Besonders meine Frau. Und da gucke ich, dass ich sie jetzt unterstütze. Es tut halt weh, klar. Und wenn man dann überlegt, abends, dann ist das halt schlimm. Ihre neugeborene Tochter dürfen sie nur selten sehen. Einmal in der Woche? Einmal in der Woche, eine Stunde. Die beiden geben sich Mühe, die Wohnung kindgerechter einzurichten. Einmal so ein Hochbett. Und wenn wir jetzt eine Matratze gekriegt haben, dass wir jetzt, wenn man zehn Jahre nach Hause kommt, dass er ein Bett hat. Und dann haben wir jetzt erstmal vorübergehend so ein Couchbett besorgt. Wenn mal ein Großer, der Alex oder der Thomas, nach Hause kommen. Weil die Brüder sind im Moment noch anhängig miteinander. Und dann haben wir gesagt, wir haben ein Couchbett. Und dann haben wir einen Tisch besorgt. Wir wollen das dem Jugendamt beweisen, dass wir Eltern sind und dass wir auch Kinder großziehen können. Und dass man sieht, dass sich was getan hat. Als letztes Jahr Sohn Thomas zu Besuch war, war das für alle ein Highlight. Wir dürfen jetzt seit guten drei Wochen mit rausnehmen. Zwei Stunden. Das wird jetzt in zwei Monaten nochmal geändert. Dann in drei Stunden. Da geht halt für mich ein Herz auf. Und weil ich mich freue, ihn bei mir zu haben. Wenn es ihr Kind einfach die Eltern lieber geben können. Damit die Kinder wieder bei ihnen einziehen dürfen, möchte Danny beweisen, dass er ein guter Vater ist. Ein Vorbild sein kann. Auch deswegen bemüht er sich um seinen alten Job als Reinigungskraft bei der Deutschen Bahn. Ich habe einen Freund angerufen. Der arbeitet, der ist ja Bahnhofreiniger. Und der hat mir gesagt, dass Unterwegsreiniger gesucht wird. Der hat gesagt, ich muss nur noch meinen Lebenslauf und Bewerbungs fertig machen. Und ihm das dann geben. Und er gibt dann den obersten Schiff ab. In der Bayreuther Straße bezieht ein Großteil der Bewohner staatliche Leistungen. An die Stadt Ludwigshafen zahlen sie für die Wohnungen ein Nutzungsentgelt. Häufig 50 Euro pro Monat. Auch Andy. Vor Corona war die Kirmes sein Zuhause. Das Kinderkarussell sein Arbeitsplatz. Jetzt bezieht er Hartz IV. Du wohnst den ganzen Tag daheim. Du meinst die Deckung da näher. Du weißt nicht, was du machen sollst. Dann langt das Geld auch hinten und vorne, nicht? Nein, also... Ich bin erst überfordert. Auch mit der Geldsituation im Augenblick. Weil wenn man einen Haufen Geld in der Hand hat und hat jetzt nur noch das Hartz IV in der Hand, das langt nicht. Ich bin ehrlich... Also für mich langt es nicht. Ich bin gewohnt, ich habe fast 800 Euro zur freien Verfügung, weil ich bezahle meine Miete, meinen Strom, alles selbst. Dann habe ich 800 Euro für den ganzen Monat, wo ich es auf den Kopf stellen kann. Jetzt habe ich gerade 300 Euro. 350 Euro zahle ich jetzt hier Miete ab, dass ich hier nicht rausfliege. 300 Euro. Du gehst in den Einkaufsladen, du kaufst für mich, meine Katz und mein Haas, das ist 300 Euro weg. Die sind komplett weg. Auf Dauer habe ich gar keine Lösung. Also nicht für mich. Andy will wieder arbeiten gehen. Hier hat das Kinderkarussell mal gestanden. Er hofft sehr, dass sich die Corona-Situation bald entspannt und er wieder am Karussell stehen kann. Also so breit wäre dann ungefähr das Karussell, wenn es aufgebaut ist. Und ungefähr vom Auto angepasst. Jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig messen kann. Halt ungefähr von hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben, acht, neun, zehn, bis hier. Würde das komplette Fahrgeseft aufgebaut werden. Und was hast du da selber gemacht? Was war deine Aufgabe? Meine Aufgabe war zu helfen, das aufzubauen, dass alles Rauben an den Fahrzeugen jeden Tag überprüft werden, dass die Bolzen und die Splinten drinstecken, dass auch Janett sich so ein Auto mal löst und irgendwie abhebt. Ich habe dann die Fahrkarten einsammeln müssen, dass auch kein Kind Schwartz fährt, sagen wir es mal. Und aufpassen müssen, dass sie auch alle sitzen bleiben und sagen mal, anständig fahren. Weil wir haben auch so ein paar Störerfriede, die meinen dann aufzustehen und auf dem Drehteller zu laufen. Und wenn die da runterfallen vom Drehteller, wären sie tot gefahren, weil außerhalb vom Drehteller ja die ganzen Fahrzeuge sind. Das war dann so die Aufgabe. Und die haben, ne? Andy hofft jetzt auf die Unterstützung seines ehemaligen Chefs. Ja, hi Chef. Ich bin's. Ah, ich wollte halt mal fragen, wann ich wieder schaffen gehen kann. Ist langweilig. Ah ja. Noch lässt Corona eine Rückkehr auf den Rummeln nicht zu. Ich muss mich jetzt erst mal impfen lassen, weil es sich fließt, dass man sich impfen lässt, weil halt wegen der Kinder fast das ist, keine Angstdämpfung. Und das weiter so bleibt wie jetzt, dürfen wir aufmachen dieses Jahr noch. Neben der Jobsuche beschäftigt Andy noch ein anderes Thema. Mit 15 ist er Vater einer Tochter geworden. Sie halten Kontakt übers Telefon. Meine Tochter wird acht Jahre dieses Jahr, nächsten Monat. Das war halt, sagen wir mal, das war so blöd gelaufen. Eines Tages stand mein Ex vor der Tür und meinte, mein Kind liegt im Krankenhaus, also ihr Tochter liegt im Krankenhaus. Der Vater ist doch nicht der Vater. Wie? Das ist nicht der Vater, der kanker Blutspende. Dann hat sie der Wahrheit ins Auge sehen müssen, dass wir auch nochmal was miteinander hatten und dann hat sie heraus gesagt, dass es mein Kind ist. Und dann habe ich, da war es aber schon vier, fast fünf, wo ich sie kennengelernt habe. Also es hat noch nicht lange, also die Kindheit habe ich leider nicht miterlebt. Jeden Abend kädeln wir, weil die will ja Gute Nacht sagen, weil die Mutter ist ja leider verstorben. Im Alter von 21 Jahren. Überdosis gespritzt. Die hat sich immer die Nadel gegeben, da mit ihrem Heroin. Deswegen haben wir uns auch getrennt. Das ist der Trennungsgrund. Weil ich will mir nicht angucken, wie meine Freundin sich Tag zu Tag mit ihrer Heroinsucht, sie sich in den Tod gequält. Ich konnte es nicht mitmachen, weil das hat mich selber auch stark belastet, meine Frau zu sehen, wo sie sich da halber umbringt. Und das hat nichts mehr gebrochen, da bin ich gegangen. Mit dem Jugendamt konnte Andy eine Vereinbarung treffen. Eigentlich sollte sie ins Heim, weil ich darf sie ja nicht zu mir holen. Und da bin ich froh, dass ich mit dem Jugendamt mich abspresse konnte, dass mein Kind zumindest bei der Oma aufwachsen kann. Und nicht im Heim. Wir werfen dunkle Schatten, Meilen weit voraus. Doch in unseren Träumen malen wir sie golden aus. Feiern die Triumphe, schmerzen Erinnerung. Doch unser Gestern, unser Morgen, beides trägt von uns. Und die Euphorie verstreicht. Doch ein bisschen Glück, das bleibt. Auch Nadine will jobmäßig durchstarten. Mit Papa Markus schmiedet die 23-jährige Hartz-IV-Empfängerin Pläne. Ein Lehrgutschein des Jobcenters könnte die Kosten einer Ausbildung decken. Durch den zweiten Corona-Lockdown habe ich ja meine Putzstelle verloren, weil er abbauen musste. Und jetzt habe ich da das Arbeitsamt, das hat mir den Vorschlag gemacht, wie mein Bruder einen Lehrgutschein zu benutzen. Also, dass die mir da weiterhelfen. Eigentlich wollte Nadine Erzieherin werden. Mittlerweile hat sie ein neues Ziel. Dadurch, dass die Erzieherausbildung so lange dauert, habe ich gemacht, dass ich dann doch lieber vielleicht in die Tierpflege gehe. Die Erzieherausbildung ist ja komplett nicht bezahlt, bis aufs Anerkennungsjahr. Und da kriegt man halt direkt ab dem ersten Ausbildungsjahr eine Vergütung. Und nächsten Monat fängt es dann ab mit dem Führerschein. Da holen wir dir die Fahrkarten, dass du aus der Fahrschule kommst, damit es auch endlich mal starten kann. Führerschein und Ausbildung. Nadine will ihr Leben anpacken. Andy auf dem Weg zur Kirmes. Sie hat testweise wieder geöffnet, trotz Corona. Er hofft, dass sein Chef heute gute Nachrichten für ihn hat und er bald wieder in seinem alten Job arbeiten kann. Man trifft immer Leute, man kommt raus, man hat seine feste Zeit, Ablauf, Tagesablauf und so. Man hockt halt nicht faul daheim rum eben. Die bestellt nicht abgeholt. Da könnte man so hoffen, dass es wieder losgeht, so schnell wie möglich, dass man wieder anfangen kann. Dann melden wir mich vielleicht auch wieder an und dann geht es wieder los. Servus. Hi Andy. Und wie lauf? Bist du auch mal da? Ah ja, gucke, wie ich so lauf. Ja, gut. Kannst dir ja vorstellen, ist alles nicht so ewig im Moment, ne? Ich hab auch noch faul daheim rum. Ja, dann musst du halt jetzt noch ein bisschen abwarten. Wenn es bei uns richtig losgeht, dann können wir wieder ganz normal weitermachen. Ah ja, ne? Ja. Dann warten wir hier nur drauf. Bist du schon geimpft? Ja. Bist geimpft, ne? Weil ohne Impfen geht bei uns nichts, ne? Ja, das hat mich so impfenloser Risiko halt, ne? Ja. Muss ich nicht sagen. Es wird ja auch den ganzen Tag, bis es weitergeht, ne? Liegt nicht an uns. Ja. Alla hopp, Andy. Halt dich munter, gell? Bleib sauber, stell mir nichts auf alle Dinge. Fickst den Chef in den Kurs. Mach ich, okay. Alla. Alla, tschüss. Ciao. Andy muss sich weiter gedulden und versucht zuversichtlich zu bleiben. Wenn das wieder richtig losgeht und er kann sich finanziell misleisten, dann würde er sogar mich wieder einstellen, weil er war eigentlich so mit mir zufrieden. Und er weiß ja auch gar nicht, wenn es danach noch weitergeht, weil das ja nur eine Probekerbe war. Und die Probe ja nicht grad wirklich gut verlaufen ist, weil die leid sich halt nicht an die vorgeschriebenen Regeln halt halt, ne? Gute Nachrichten für das Ehepaar Ziggraf. Sie haben über Freunde eine Wohnung außerhalb der Bayreuther Straße gefunden. Jetzt heißt es umziehen. Bitteschön. Bitteschön. Wir haben jetzt eine Wohnung gefunden in Friesenheim. Zwei Zimmer, Küche und Bad. Möbeliert. Und morgen geht's los. Neuanfang. Ruhig leben. Ohne Angst leben. Einfach von vorne anfangen. Hört ich. Nichts mehr. Ja, die Schwerkicht habe ich, ne? Kühlschrank müssen wir, die Kombi müssen wir noch abkühlen. Abtauen. Das war's dann. Dann gehen nur noch die zwei Rollatoren mit. Der Fernseher. Oh. Das ist eine Seite. Femlein ist sie. Futternein. Ja, eins, eins geht weg. Ja, eins bleibt da. Ja. Alles andere. Ja. Wir haben ja dort alles. Mit dem Zeig gehe ich mal der Fernseher ab, dass er nicht kaputt geht. Ja, genau. Raus aus der Bayreuther Straße. Das Leben hier hat die zwei stark belastet. Ja, es heißt, man ist Schmarotzer, man lebt auf dem Staat seine Kosten. Und asozial, ja, es ist hier halt ein Brennpunkt. Aus jedem Ton spricht eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Das sind wir. Und das sind wir. Und das sind wir. Und das sind wir. News gibt es auch bei Andy und Patricia. Sie ziehen zusammen, nicht als Paar, sondern als WG. Das haben wir so geplant. Ich bin eh den ganzen Tag bei ihr. Aber da wäre es besser, nachts über den Hof zu laufen, wäre es besser, durch die Wohnung zu laufen. Gemeinsam stocken sie erst mal ihren Kohlevorrat auf. Beim Transportmittel sind sie kreativ. Wir laden uns so drei Brigitts drauf. Wir laden eventuell noch so ein Ding Holz rein, dass man das Brigitts auch kriegt. Ja, dann fahren wir wieder heim und laufen. Also laufen wieder heim. Die Brigitts-Fahrt, wir laufen und schleppen. Ja, lieber gerollt wie getragen. Ja, logisch, tragen würde gar nicht gehen. Einmalig werden wir das jetzt selber bezahlen. Und beim nächsten Mal werde ich es vielleicht eventuell schon über das Jobcenter kriegen. Weihnachten rückt näher. Doch Dennis und Nicoles größter Wunsch, ihre Kinder wieder zu Hause zu haben, wird ihnen dieses Jahr nicht erfüllt. Wie lange seid ihr auch nicht getrennt von Nicolini? Moment, die sind 2019 uns weggenommen, eine Woche. Ja, das ist zwei Jahre. Ja. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ist schon hartzinn, muss ich sagen. Ist in der Corona-Zeit was auch hart. Ja. Wo man nicht zu denen durfte. Stimmt, ist die Weihnachtszeit. Aber wenn wir es einen Tag vor Weihnachten sehen, sagen wir mal, ist es nicht so, wenn die Kinder als bei uns wären, und wir geben die Kinder, dann schenke ich das selber in die Hand und sehen dann hier löschen und so, das ist das Schönste. Das ist das, was dann meistens wehtut. Gerade unternehmen die beiden einen neuen Anlauf, ihre vier Kinder häufiger zu sehen. Wir müssen jetzt aufs Gutachten warten, je nachdem, was das Gutachten sagt. Wenn der Anwalt dann sagt, wenn da wirklich im Gutachten drinsteht, dass ich in der Mutter-Kind-Heim gehen muss, gehe ich in der Mutter-Kind-Heim. Dann kriege ich die gleich und der Thomas gleichgebracht. Und die Großen kommen dann nur Wochen. Ich mache es auch so, dass, wenn meine Mutter-Kind-Heim ist, ich kann sie ja einmal in der Woche besuchen. Damit gehe ich gern. Hauptsache, wir gehen unsere Kinder zurück. Und dann mache ich auch diesen Weg. Also ich würde mich freuen, deswegen würde ich das Mutter-Kind-Heim doch in Erwägung ziehen. Dass sie sehen, dass meine Frau mit den Kindern umgehen kann. Das war ja für die auch schon ein Thema gewesen im Jugendamt. Dass sie sehen, dass meine Frau sich um die Kinder kümmern kann. Auch wenn ich arbeite, dass meine Frau das im Griff hat. Dass sie sehen und meine Frau das auch zeigt. Ja, guckt, wie ich das hinkriege, dass sie das nicht immer sagen tut. Und auch jobmäßig wartet Danny auf gute Nachrichten. Ich habe mir die Bewerbung und Lebenslauf abgegeben. Bei der Deutschen Bahn. Jetzt warte ich noch auf die Zusage. Noch habe ich keinen Anruf gekriegt. Ich hoffe überhaupt bald, dass ich wieder arbeiten kann. Und schon mal ein Teil zeigt, aha, Herr Gilli arbeitet. Aber direkt bei der Deutschen Bahn, statt von der Firma. Jetzt bin ich im Moment in der Maßnahme. Und dann mache ich auch Gärtnerbereiche. Das heißt, ich mache Gärtnerarbeit wie Rasenmähen, Häken schneiden. Oder wenn es wie ein Sturm war, jetzt vor ein paar Tagen, wo es doch nachvoll ist, dass aus dem Weg nichts passiert. So was mache ich im Moment, Gärtnerarbeit. Andy und Patricia waren erfolgreich. Für die nächsten Wochen ist der Brennvorrat gesichert. Das ist quasi Presssparen. Also die Abfälle, fünf Säge. Und die werden zusammengepresst. Und irgendwann hat jemand halt gemerkt, dass man damit Geld machen kann. Weil früher hat man sich die Holzspannen so beim Schreiner Epper holen können. Die geben jetzt nicht mehr einfach so was ab. Anderthalb Kilometer sind es vom Baumarkt nach Hause. Die beiden sind mittlerweile gute Freunde geworden und reden über alles miteinander. Ich sterbe einfach nicht, ne. Um andere Leute einfach nur zu nerven damit. Dass ich noch lebe. Deswegen kann ich schon nicht sterben. Das wäre doch ... Die sich doch gar nicht mehr sehen, wie die sich immer ärgern, wenn ich noch da rumlaufe. Und dann gehen müssen wir alle irgendwann. Da sind wir uns ja einig. Ja, damit habe ich mich ja abgefunden. Ich nicht noch dir. Das weiss man nicht. Man weiss nie, wann die Zeit abgelaufen ist. Die kann morgen rum sein, heute Abend. Man weiss ja nicht. Man fällt um. Oder man wird angegriffen. Oder man hat einen Unfall. Man weiss ja nicht. Äh, ich weiss nicht. Irgendwie glaube ich, man merkt das, wenn man stirbt. Man muss doch ... Gucken wir mal. Das Leben ist ja irgendwann rum, ne. Entweder mit 18 oder mit 23. Irgendwann ist ja immer rum, ne. Man wird auch so, so. Oder man baut einen Unfall. Oder irgendwas passiert. Wo lebst denn du? In Chicago? Naja, da muss hier irgendwas ist ja immer. Und da kann man sich nie drauf einlösen. Ah ja, wenn ich mal ein alter Opa bin, mache ich das und das. Man weiss ja gar nicht, wenn ich überhaupt ein Opa wäre. Wir werfen dunkle Schatten, Meilen weit voraus. Doch in unseren Träumen malen wir sie golden aus. Feiern die Triumphe, schmerzen Erinnerung. Doch unser Gestern, unser Morgen, beides bleibt von uns. Und die Euphorie verstreicht. Doch ein bisschen Glück, das bleibt. Denn wir sind Zukunft und Erinnerung. Doch das sind wir. Der Roller fährt wieder. Mithilfe eines Bekannten konnte Walburgas Zweirad für kleines Geld repariert werden. Jetzt geht's zur neuen Wohnung. Hallo, mein Jett. Ja, hallo, mein Jett. Oh ja, 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 ja. Das Paar hat sich in der Bayreuther Straße überhaupt nicht wohl gefühlt. Es gibt da draußen Leute, denen macht das gar nichts aus. Die sind da gern draus, die bleiben da gern draus, weil sie da in ihrem Milieu sind und sich wohlfühlen. Ich hab mich dort überhaupt nicht wohl gefühlt. Es war für mich die Hölle. Jetzt heißt es für das Rentnerpärchen neues Zuhause, neues Glück. Hallo. Hallo. Oh, du kleinen Mann. Du bist schön dick geworden. Bevor Andy bei Patricia einzieht, prüfen die beiden, was alles so mit kann. Den Schrank würde ich gern behalten. Den Schrank würde ich gern behalten. Habe ich da auch gesagt? Den kannst du so einbauen. Ja. Aber das hier soll weg. Halt dann. Den würde ich nicht mehr mitnehmen. Und da kommt ja dann das Regal hin und das Desko komplett in die Ecke. Die Box kommt da raus. Dann die Vitrine, der kleine Schrank und dann geht ich da weiter auf. Also das Bett halt auf jeden Fall. Mein selbst gebaut ist da. Weil das hat halt immerhin, das ist ein Bettkaster. Fluff ist das Seil. Ja, und das hat ein Bett. Ich schlaf da drüber. Ich kenne dich nicht, truff schlafen. Doch. Genau so weit. Der schlaf ist ja wie in den Himmel. Mal Uhr vom Vater. Ah, okay. Voll die Stunde, aber die stimmt nicht. Ich finde die cool. Das macht ihr auch nachts. Ihr kriegt bei mir einen Herzinfarkt in der Wohnung. Das macht ihr auch nachts. Ich mache andere Musik. Beim nächsten Morgen kommt eine andere Melodie. Und dann machen wir die fünf Versiedliche. Die ist vom Vater. Ich habe sie aus der Wohnung geholt. Patricia kommen erste Zweifel. Mit Andy zusammenziehen, kann das gut gehen? Du bist überfordert. Das hätte ich von Anfang auch schon alles gleich in den richtigen Plan bringen müssen. Weil bei mir machst du das nicht. Du riechst auch nicht, oh Katzenpibi. Das ist der. Sonst schied ich da nämlich das Katzenklo ins Bett. Das ist der, das ist. Ich bin hoch empfindlich, was das betrifft. Ich habe drei Katzen da drüben. Hast du einmal gerochen, dass es bei mir so riecht? Was wissen, wo ist es hier? Ihr müsst euch ein bisschen schön. So ist das, wo wir es zeigen, kurz noch schnell. Du und der Schwarze da. Andy muss sich vorm Umzug wohl noch von einigen Dingen trennen. Großer Tag im Hause Kran. Dominik hat es geschafft, die Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Und Papa Markus ist mächtig stolz. Ich habe jetzt hier meinen Abschluss. Und das war ja die Zukunftsvoraussetzung für die nächste Ausbildung. Und da will ich auch mal hoffen, dass ich genauso gut den Abschluss mache. Weil da habe ich ja jetzt ein 2,1. Fast nur Zweier, ein Einser und ein Dreier im Zeugnis. Und ich sehe auch da, der Schüler erhält eine Belobigung. Ja, das ist wegen der guten Note. Ah, okay. Ja, aber wie wichtig ist da, dass du das in der Hand hast? Und fast wichtiger in dem Beruf ist auch hier die Urkunde. Aufs Zeugnis guckt später keiner mehr. Es wird nur auf die Urkunde geguckt. Egal, wo du dich orientierst. Ich sehe, dass du einen Abschluss hast. Danach kannst du eigentlich machen, was du willst. Hauptsache, du hast das erstmal. Ja. Und jetzt will ich halt Fachkraft werden. Ich finde das persönlich wichtig. Ja. Und ich habe auch Spaß in meinem Beruf. Ja. Dominiks neuer Arbeitsort ist ein Seniorenheim in Speyer. Ich habe hier in Ludwigshafen schon mal eine Ausbildung angefangen. Und die ist gescheitert gewesen, weil ich einen doofen Betrieb hatte. Und die Schule war zu pingelig, sagen wir es mal so. Und da wollte ich einfach mal einen kompletten Cut machen und raus aus Ludwigshafen. Weil war beides hier in Ludwigshafen, die Schule sowie der Betrieb. Und da habe ich gesagt, nein, ein bisschen weiter weg. Die Probleme bleiben zu Hause und ich kann arbeiten. Dominik betreut jetzt unter anderem die 99-jährige Isabella Becker-Marx. Und jetzt ganz langsam, Frau Becker-Marx. Du hast eine Kurve, Achtung. So, ich hebe das einmal nach oben und gehe da auf die Bank. Die beiden verstehen sich. Heute Abend helfe ich Ihnen wieder bei den Strümpfen auszuziehen. Ich habe heute gerade keinen an. Ja, aber trotzdem kann ich Ihnen auch helfen. Da die Beine eincremen. Ja. Und die dreckige Wäsche raus. Wenn Ihnen jemand das gesagt hätte, dass Sie mal so alt werden, hätten Sie dem geglaubt? Ja, weil meine Vorfahren eigentlich alle erst geworden sind. In der nächsten Folge der Bayreuther Straße. Wir haben hier keine Chance. 0,00 Chance. Starke Gefühle. Und große Träume. Bevor ich jetzt da sitze, bis ich wieder Arbeit habe und sitze blöd zu Hause rum, würde ich gerne meinen Schulabschluss nachmachen. Und ein überraschendes Liebesende. Meine Frau hat einen neuen Lebensgefährten. Und jetzt läuft die Scheidung. Die Bayreuther Straße in Ludwigshafen. Ein Ort, an dem sich Menschen zurück ins Leben kämpfen. Und jetzt ist das Wasser. Ja, ja, ja. Ich bin ein Ort, an dem sich Menschen zurück ins Leben. Ich bin ein Ort. Den Bein. Ich bin ein Ort. Ich bin ein Ort. Ich bin ein Ort. Was bin ein Ort. Ich bin ein Ort. Ich bin ein Ort, an dem man sich einmal an summarize. Vielen Dank.